Musik Die sehen sich alle sehr ähnlich, die Fotos, die sind aber alle unterschiedlich. Sie nehmen sich jetzt ein Foto heraus und geben den Stapel weiter. Und dann erzähle ich, was Sie damit machen. Ja, ich komme erstmal hierher, weil es mir sehr viel Spaß macht. Ich bin die Jüngste hier in der Runde. Das ist jetzt fast ein Jahr, dass ich hierher komme. Und ich muss sagen, ich freue mich jedes Mal, wenn wieder Donnerstag ist und ich hierher kommen kann. Ganzheitliches Gedächtnistraining spricht Körper, Geist und Seele an. Anregende Materialien, gezielte Übungen und das Know-how ausgebildeter Trainer sind das Drehmoment für die Begeisterung der Teilnehmenden. Also ich komme zum Gedächtnistraining, weil ich vor vier Jahren aufgehört habe zu arbeiten. Und ich wollte meinen Geist auch weiterhin anstrengen, weil ich zu Hause einfach nicht so viel mache. Und hier sind die Ansprüche recht vielfältig. Es werden verschiedene Arbeiten gemacht. Es werden auf verschiedene Weisen das Gedächtnis trainiert. Und das gefällt mir. Gedächtnistraining belebt, stärkt und motiviert. Auch beim Gedächtnistraining mit Kindern geht es darum, ganzheitlich die Wahrnehmung und Sensorik zu schärfen, die Formulierungs- und Merkfähigkeit zu verbessern. Aber auf eine spielerische Art und Weise. Hand in Hand gehen konkretes Begreifen und Sprachliches Formulieren. Mein Stein hat Ecken. Konzentration und Entspannung wechseln sich einander ab, sodass die Anstrengung oft gar nicht wahrgenommen wird. Wir machen ganz schöne Sachen hier. Es bringt total viel Spaß. Gedächtnistraining hat nichts mit Schule zu tun. Doch mit der Förderung von Konzentration, Kreativität und Fantasie können sich die Bedingungen der Möglichkeit für aufmerksames Lernen verbessern. Eingestreute Bewegungsübungen aktivieren den Körper und machen die Köpfe frei für neue Herausforderungen. Andere Übungen befähigen dazu, eigene Lösungsstrategien zu entwickeln und selbstständig zum Erfolg zu kommen. Uns hat es Spaß gemacht. Die Begeisterung spricht für sich. Und wir würden euch empfehlen, hier auch mal hinzugehen. Die Begeisterung spricht für sich. Die Begeisterung spricht für sich.